Dieses Video wird ermöglicht durch das EA Creator Network. Und damit begrüsse ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Vorstellung von Grid Legends. Wir schauen uns heute mal den Singleplayer dazu an. Ich habe da einen Zugang dazu bekommen. Und wie ihr euch vielleicht noch erinnert, ist das Game von Codemasters Studio, das seit einem Jahr zu EA gehört, die auch die Spiele wie Formel 1 und Dirt gemacht haben. Und es erscheint am 25. Februar für Playstation, Xbox, PC, für neue und alte Generationen. Und wie erwähnt, schauen wir uns heute mal den Singleplayer ein bisschen genauer an. Bevor wir aber starten, noch ein paar Dinge. Ich bin kein erfahrener Rennspieler-Spieler. Das Spiel ist noch etwas in Entwicklung. Alle Einstellungen habe ich soweit auf Standard belassen. Die Grafik ist auf Ultra bis Hoch. Also so gut, dass es hoch geht, sagen wir es so. Die Schwierigkeit der KI ist ca. auf Mittel. Und die generellen Informationen zum Spiel findet ihr vor allem im ersten Video, was ich im Dezember gemacht habe. Ich verlinke euch das hier noch. Heute bekommen wir die ersten Einblicke in die Story von Grid Legends. Driffen to Glory, das heißt auf Deutsch vom Ruhm getrieben, so nennt sich die Story. Die Story wird anhand aufwendig produzierten Zwischensequenzen erzählt. Und zwischen diesen Cutszenen finden jeweils unterschiedliche Rennen statt. Es ist nicht immer abwechselnd, teilweise auch mehrere Rennen, bis wieder eine Cutszene kommt. Am Ende wird dabei eine Dokumentationsgeschichte erzählt, wie der Spieler als Fahrer 22 von einem Neuling die Chance bekommt, bei Seneca Racing, so heißt das Team, als Fahrer einzusteigen und sich von kleinen Rennen zu einem erfahrenen Rennfahrer hochkämpft. Ihr könnt euch das so vorstellen, wie man von einem bekannten Rennfahrer eine Dokumentation verfilmen würde, wie er von seinen Anfängen bis heute einer der besten Fahrer geworden ist. Der Fahrer selbst kommt aber darin nicht vor, da er kein Gesicht und auch keine Stimme hat. Diese seid nämlich ihr, der Spieler. In der Story haben wir Markus Addo, der Teamchef von Seneca Racing, ist eine der zentralen Figuren. Man hat auch eine erfahrene und gute Teamkollegin, Yume Tamaka, wenn ich es richtig ausspreche, die das Ziel verfolgt, als erste Frau die Meisterschaft zu gewinnen. Wie sich das entwickeln wird zwischen den beiden Fahrern, kann ich natürlich bis jetzt noch nicht sagen. Wir haben erstes Gameplay von den ersten sechs Events heute. Insgesamt wird das Game zum Release ca. 250 Karriere-Events haben, die es zu spielen geht, um die volle Story rund um die beiden zu erfahren. Diese Events, das sind jeweils Rennen, das heißt zwischen diesen Rennen kommen wie gesagt dann die Cutszenen. Bevor ich euch ein paar von denen zeige, aber noch ein paar weitere Informationen. Wie beim Multiplayer besteht die Story aus gemischten Modis. Das heißt, man findet ein klassisches Rennen, man findet Zeitrennen, Eliminierung und auch noch viele weitere Renntypen in der Story wieder. Man hat dabei immer ein bestimmtes Ziel, welches man pro Rennen erreichen muss, da ansonsten die Story nicht weitergehen kann. Falls ein Level aber mal zu schwer sein sollte, besteht immer die Möglichkeit, in den Einstellungen die Schwierigkeit anzupassen. Die Story findet rund um den Globus statt, das heißt man hat die unterschiedlichsten Karten. Und wie wir das letztes Mal schon gelernt haben, es gibt pro Ortschaft, gibt es dann mehrere Routen. Das heißt, es gibt kürzere, längere und so wird das durchmischt und auch das Wetter findet sich hierbei wieder. Es kann regnen, es kann die Sonne scheinen, es kann aber auch Nacht sein. All dies ist auch in der Story so in einem Mix vorhanden. Das heißt, am Ende bietet das Game über 130 verschiedene Routen auf allen Plätzen der Welt. Wir haben jetzt im neuen Gameplay auch Karten dabei, die wir letztes Mal noch nicht anschauen konnten. Und das ist zum einen Paris und zum anderen Yokohama Docks. Eine japanische Karte, die mir ehrlich gesagt besonders gut gefiel, auch weil ich in dem Rennen besonders gut fahren konnte. Auch wenn zwischen zwei Rennen kein Film kommt, wird trotzdem Story vermittelt in Form von Text im Ladescreen. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, teilweise leitet es ein bisschen schnell und dann kann man es gar nicht komplett lesen. Und es kommt halt immer darauf an, ob man es dann auf einer alten Konsole oder auf einer neuen spielt. Und das ist ein bisschen schade, dass man das ein bisschen verpasst teilweise. Das Game ist aber, wie ihr auch hört, komplett auf Deutsch übersetzt. Wie gut jetzt der deutsche Voice-Hack zur Szene passt, muss natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Für mich persönlich würde die englische Version wahrscheinlich diesmal fast besser passen. Insgesamt kann ich sagen, sobald man sich ein bisschen auf die Geschichte einlässt, fühlt man die Story richtig gut. Und es macht richtig Spaß, von Rennen zu Rennen zu gehen. Ich werde jetzt nicht mehr groß auf den Rest des Spiels eingehen. Da müssen wir noch ein bisschen abwarten. Und wir haben ja auch schon viel gesehen und viel darüber berichtet. Wie erwähnt, das habe ich alles in einem anderen Video schon zusammengefasst gehabt. Und möchte euch jetzt einfach noch ein bisschen rohes Gameplay und Filmsthemen zeigen, damit ihr da einen bisschen guten Eindruck bekommt. Danke euch auch schon fürs Zuschauen und habt Spass mit dem gezeigten Material. Das Ravenwest-Team mit Nathan McCain und Lara Carvalho liegt auf der Strada Alpina in Führung. Doch Yume Tanaka von Seneca ist direkt hinter ihn und das bereits seit acht Runden. Wird es ihr es schaffen, bei diesem Rennen Great World Series Geschichte zu schreiben? Valentin Mann, siehe, ein Einzelkämpfer im Mittelfeld versucht aufzuschließen. Aber er wird von Northpoint aufgehalten. Ich komme nicht vorbei, ich gebe Anweisungen zum Verteidigen. Ich bin gut gelaunt aufgewacht. Das Wetter war perfekt vom Team, nahm man endlich Notiz. Nummer 22 verteidigt die Position. Sehr gut, 22. Mach weiter Druck. Seneca hatte einen Wahnsinnslauf in diesem Jahr. Yume Tanaka hat sich Carvalho jetzt schön zurechtgelegt. Sie setzt zum Überholen an. Ravenwest vergisst's. Hinterherfahren ist leichter als anzuführen. Sie zieht vorbei! Das ist der eindeutige Beweis. Ravenwest ist schlagbar und wird auch herausgefordert. Yume war echt gut in Form, aber es lagen noch viele Runden vor uns. Für mich war alles wie immer. Einfach die Lücke schließen. Egal wie. Lara, hol die Position zurück. Ich versuch's. Ich mach das schon. Ich lass ihn nicht vorbei. Jetzt McCain gegen Tanaka. Ist ja ein tolles Rennen für Seneca. Druck? Nein, nein, Quatsch. Hey, wenn diese Idioten nicht auf der Strecke bleiben können. Ihr Problem. Tanaka sieht eine Lücke. Sie riskiert sehr viel. McCain gefällt das gar nicht. Kontakt! Tanaka dreht sich. Northpoint hat keinen Platz zum Ausweichen. Was für ein fürchterlicher Unfall. Tanaka in der Mauer. Manzi rutscht quer über den Grasstreifen. Senecas Nummer 21 ist raus. Die 22 ist beschädigt. Überall liegen Trümmer auf der Strecke. Es ist unfassbar. Sie übernehmen also keine Verantwortung für den Vorfall? Wieso auch? Ist es an? Ja? Okay. Mein Name ist Marcus Addoe und ich bin Teamchef von Seneca Racing. Hey, Liebling. Nein, 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 nein. Wir haben dieses Dinner mit den Vorstandsmitgliedern morgen. Manche werden in den Rennsport hineingeboren. Ich musste dafür arbeiten. Meine Eltern führen ein nigerianisches Restaurant in Südlondon. Und für sie hing Erfolg nie von ausgefallenen Gerichten oder teuren Zutaten ab. Es ging um das Vertrauen in ihr Personal und ihr Verlangen, sich immer weiterzuentwickeln. Als ich die Chance bekam, ein Rennteam zu leiten, habe ich es auch so gemacht. Morgen, Chef. Hey, da ist sie ja. Falls ihr hinter dem Mond lebt, das ist Yume Tanaka, Rennsportlegende. Hast du Zeit, die neue Bremsanlage zu besprechen? Klar. Marcus Addoe ist sowas wie ein Wunderkind. Er war gerade mal 25, als er Senecas Vorstand überzeugt hat, in unbekannte Fahrer zu investieren und ihn als Teamchef einzustellen. Er wirkt so erfahren, als wäre er doppelt so alt. Und das bringt ihm enormen Respekt. Das einzige Problem ist, sein Plan geht nicht auf. Letztes Jahr zum Beispiel hat sein zweiter Fahrer den Rekord gebrochen für die meisten letzten Plätze in einer einzigen Saison. Und der Ersatz für dieses Jahr war so schlecht bei den Tests, dass er noch vor dem ersten Rennen hingeschmissen hat. Aber was jetzt? Die Saison beginnt in drei Tagen und Ihnen fehlt ein Fahrer. Dann finde ich halt einen neuen Fahrer. Seneca hat immer noch Probleme bei den Testfahrten. Mehrere Testfahrer waren an Unfällen beteiligt. Diesmal fehlerfrei, klar? Versuch's nochmal mit etwas weniger Gas. Mach dir keine Sorgen, ist nur ein Blechschaden. Wir schaffen das. Ich verspreche's dir. Jetzt hoffen sie, dass ihr Neuzugang, der mit der Nummer 22 antritt, diese Pechsträhne beenden kann. Test, Test. Ajit hier, leitender Ingenieur. Wir hatten ein paar schlechte Tage mit unseren Testfahrern und ich brauch nur etwas Hilfe mit dem Setup. Also musst du ein paar Testrunden fahren. Pass auf, dass das Auto ganz bleibt. Geht Gas. Mal sehen, was du aus dem Auto rausholen kannst. Okay, 22. Deine Aufgabe im ersten Rennen dieser Serie ist, mit Jume mitzuhalten und dich an das Auto zu gewöhnen, während du Daten für Edgit sammelst. Meine Mutter sagt immer, der Bauer macht das Essen. Das bedeutet, arbeite immer mit den Zutaten, die du hast. Ich wollte mir einen Fahrer ansehen und hab einen anderen gefunden. Und das Gespräch war so beeindruckend, dass ich ein Angebot gemacht hab. Sie waren von einem Gespräch beeindruckend? Ja, das stimmt. Ja, ich finde, wenn jemand viel Potenzial hat, sieht man das nicht nur an der Performance. Es geht um die Person, um Charakter. Erstklassige Fahrer sind genau wie alle Hochleistungssportler. Sie sind davon besessen, besser zu sein. Sie hungern danach, sich zu beweisen. Und sie tun alles dafür, um ihre Träume zu erreichen. Jemand mit so einer Leidenschaft ist zum Beispiel Jume. Ich heiße Yume Tanaka. Ich bin jetzt seit drei Jahren die Nummer eins bei Seneca Racing und ich habe es mir als Ziel gesetzt, die erste Frau zu werden, die die Meisterschaft gewinnt. Reden wir kurz über die neue Nummer zwei. Mhm. Und darüber, dass Ado jemand Unbekanntes einstellt. Naja, Ado investiert gern in Potenzial. Das macht uns zu dem Team, das wir sind. Aber am Ende kommt es doch immer nur auf eines an. Bist du tatsächlich gut genug? Man braucht viel Talent, um in einer einzigen Saison in so vielen Disziplinen und Events anzutreten. Mit Einsatz und guten Absichten allein kann ein Team nicht überleben. Wir brauchen Siege. Um bei Elimination zu gewinnen, darfst du beim Ablaufen des Timers nicht in der Gefahrenzone sein. Denn wer diese bei Null noch nicht verlassen hat, wird eliminiert und scheidet aus. Der Timer wird dann zurückgesetzt. Und wer am weitesten zurückliegt, findet sich in der Gefahrenzone wieder. Die Teilnehmer werden ausscheiden, bis nur noch einer übrig bleibt. Also sei schnell, bleib an der Spitze und wenn du in der Gefahrenzone landest, tu, was du kannst, um wieder herauszukommen. Wir sprechen live mit Senecas Teamchef Marcus Adele. Was hast du für ein Gefühl bei dieser Saison? Ein positives Ziel. Unser Neuzugang scheint eher allen Team mehr zu sein. Kein einfacher Wort. Dass wir auf Teamwork setzen, wird uns erfolgreich machen. Und zu starker Konkurrenz für uns. Aber nee, ich muss weg, tut mir leid. Danke, Marcus. Oh, und Becky ist der ein vielbeschäftigter Mann. Aber es sieht aus, als würde es in der Haar-Profi-Liga gerade besonders spannend werden. Wir müssen Wolf weiter Konkurrenz machen. So schaffen wir es in die Profi-Liga. So machen wir es in der Haar-Profi-Liga. Halt dich zurück. Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. Der Weiß-Liga. Wo ist die Zucht? Wo ist die Zucht? Wo wird eine Zucht Turnsед kaz Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020